Baddha Kurmasana, die verschränkte Schildkröte, ist Kurmasana, Schildkröte mit gefalteten Händen hinter dem Rücken. Vom langen Sitz ausgehend, gib die Beine etwas auseinander, beuge die Knie, gib die Arme unter die Kniekehle hindurch, dann strecke die Beine etwas aus und dann verschränke die Finger hinter dem Rücken und strecke dann die Beine so weit aus, wie du kannst. Baddha Kurmasana ist eine fortgeschrittene Asana, eine fortgeschrittene Yogastellung, welche hilft, den Geist nach innen zu richten, Pratyahara zu üben, das heißt Rückzug des Geistes, der Sinne und des Pranas und so in eine meditative Stimmung zu kommen.